Ja, hallo, Frau Schneider hier. Ja, hallo. Sagen Sie mal, haben wir noch irgendwie die Möglichkeit, CDs einzuspielen? Ich finde an meinem Laptop kein CD-Laufwerk mehr. Wofür benötigen Sie denn jetzt noch ein CD-Laufwerk? Wir benutzen sonst immer nur noch USB-Sticks oder den Cloud-Datentransfer. Ja, ich war doch mit meinem Mann im Urlaub. Im Sommerurlaub, da wo wir immer hinfahren. Jedes Jahr, seit 30 Jahren. Nein, Frau Schneider, das wollen Sie jetzt nicht machen, oder? Ja, wissen Sie, mein Mann, der ist doch so ein begnadeter Fotograf. Der hat den ganzen Urlaub Fotos gemacht. Und er war sogar so lieb und hat mir eine DVD gebrannt. Ja, und die möchte ich jetzt mit meiner Freundin Gertrud gucken. Und dafür brauche ich ein CD-Laufwerk.